Ich finde, das können wir mal ganz lautstark allen zugehört bringen. Wir können mal ganz laut knatschen und jubeln. So, ich würde euch bitten, wir haben überall verteilt Bälle. Große Bälle, die allerdings sehr empfindlich sind, was kleine Glimmstände oder Ähnliches angeht. Deshalb würde ich euch bitten, macht mal den Kreis jetzt richtig zu, passt euch an die Hände. Rutscht auf. Bringt ein bisschen Bewegung in die Masse. Es sind so viele, dass wir fast schon zwei Kreise schließen könnten. Und diejenigen, die jetzt einen großen Luftballon haben, die nehmen jetzt mal und tragen den zur nächsten Person, die direkt links oder rechts steht, und tragt es einmal rum, sodass jeder Ball einmal rum geht, bitte. Ja, ich weiß nicht, die haben wohl Schwierigkeiten mit der Lautsprechanlage. Hier wurden Bälle verteilt. Und diese Bälle, diese großen Bälle, werden jetzt hier herumgereicht. Ich zoome nochmal auf einen drauf, wenn ich das noch schaffe. Ja, da hinten geht jetzt ein Ball auf Reisen, wie man sieht. Ja, und die laufen hier mindestens einmal rum, jeder Ball, eben um dieses Zeichen zu setzen. Es sind insgesamt zehn Bälle unterwegs. Ich sehe gerade hier nur zwei. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen?